Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Igeleis. Heute möchte ich euch mal eine wirklich wahre High-End Grafikkarte vorstellen. Genauer gesagt handelt es sich um die MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio. Meiner Meinung nach ist diese Grafikkarte eine der besten, die man sich zurzeit gönnen kann. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle an Mindfactory für die freundliche Teststellung. In dieser schicken Verpackung wird die Grafikkarte geliefert. Oben links finden wir einen MSI Schriftzug, gefolgt von einem ersten Produktbild mittig, einem Gaming X Trio Schriftzug und einem GeForce RTX 2080 Ti Schriftzug im unteren Bereich. Auf den Seiten der Verpackung finden wir die nun bereits bekannten Schriftzüge. Die Rückseite wird geziert von weiteren Produktbildern samt ein paar Hinweisen zu den besonderen Eigenschaften dieser Grafikkarte. Besonders hervorzuheben ist hier das Kühlkonzept von MSI, welches auf drei Torx 3.0 Lüftern basiert. Geringe Lautstärke sowie eine kühle Grafikkarte sind somit garantiert. So, let's see what's up inside. In der Verpackung finden wir selbstverständlich die Grafikkarte selbst und noch folgende weitere Dinge. Etwas Werbematerial von MSI selbst in Form von zwei Untersetzern für Tassen bzw. Gläser. Eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung in Form eines Comics. In diesem zeigt euch Lucky the Dragon, wie ein reibungsloser Einbau funktioniert. Eine Produktregistrierungskarte. Eine Treiber-Software-CD. Ein Installationsguide. Ein Quick-User-Guide. Eine Halterung zur Stabilisierung der Grafikkarte. Diese kann hilfreich sein, vor allem, da diese Grafikkarte etwa 1,6 Kilo wiegt. Und zu guter Letzt haben wir einen Stromadapter mit dabei. Praktisch, denn diese Grafikkarte braucht drei Stromanschlüsse. Die Gaming X Trio besitzt einen Standard-Core-Takt von 1350 MHz. Dieser taktet im Boost auf bis zu 1755 MHz hoch. Durch moderates Overclocking bekommt man den Core-Takt bei unserem Modell locker auf 2 GHz bzw. leicht darüber. Der Speichertakt beträgt 7000 MHz, effektiv 14000 MHz. Die 11 GB GDDR6-Speicher sind via 352 Bit angebunden. Die Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse und einen 6-Pin-Anschluss. Da somit diese Grafikkarte etwas mehr Strom ziehen kann, empfiehlt MSI hier ein Netzteil mit einer Mindestwattzahl von 650. Diese brachiale Leistung will selbstverständlich auch zuverlässig und leise gekühlt werden. Hier kommt das hauseigene Kühlsystem von MSI zum Einsatz. Dieses besitzt drei Torx 3.0-Lüfter mit Doppelkugellager und einer GPU-Backplate. Zwei Lüfter haben einen Durchmesser von 9,5 cm und einer einen Durchmesser von 8,5 cm. Da diese Lüfter semi-passiv betrieben werden, ist diese Grafikkarte im normalen Windows-Betrieb nicht hörbar. Selbst beim Spielen arbeitet das Kühlkonzept zuverlässig und leise. Wie ihr sehen konntet, bietet die MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio eine brachiale Leistung. MSI hat mit der GeForce RTX 2080 Ti einen rund 1,6 Kilo schweren Pixelbeschleuniger auf den Grafikkartenmarkt losgelassen, der meiner Meinung nach alles richtig macht, was sich Gamer und PC-Enthusiasten so wünschen können. Optisch ist die Gaming X Trio ein wahrer Leckerbissen. Die Leistung ist ebenfalls überragend. Lediglich der etwas hohe Preis hinterlässt einen Fadenbeigeschmack. Diese Karte besitzt das 2.5-Slot-Design mit drei semi-passiven Lüftern. Beides harmoniert perfekt miteinander und liefert niedrige Temperatur bei einer angenehmen Geräuschkulisse. Zusammengefasst bekommt man bei der Gaming X Trio aus dem Hause MSI meiner Meinung nach eine der besten 2080 Ti Grafikkarten zurzeit am Markt. Wenn das Geld keine Rolle spielt und ihr einfach nur das Beste wollt, könnt ihr beherzt zur MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio greifen. Denn mit dieser Grafikkarte werdet ihr eine lange Zeit Freude haben. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Mindfactory für die freundliche Teststellung bedanken. Habt ihr Fragen zu dieser High-End Grafikkarte? Zögert nicht, uns diese zu stellen. Weitere Informationen zur MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio findet ihr in der Infobox des Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Igles Team.